Ja, hallo meine Quarkfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einem quarkigen Quarktest. Und zwar habe ich für euch einen neuen Quarkriegel im Test mit Joghurt und Waldbeere. Ich habe ja schon mal den in der Sorte mit Karamell für euch getestet. Der war jetzt nicht so gut. Also ich fand, der hat jetzt nicht sonderlich nach Karamell geschmeckt. Und ja, wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Quarkriegel mit 9,6% Protein. Es ist aber nicht, es ist jetzt kein High-Protein-Regel, weil er hat trotzdem immer noch Zucker und Fett. Also es ist eine, ja, eine Süßigkeit, wie man es so will. Und ich bin gespannt und probiere ihn jetzt auch mal aus. So, und er ist auch leider schon ein bisschen zermatscht. Also man sieht hier, ist das eine weiße Fettglasur oder weiße Schokolade? Es ist tatsächlich eine jogurthaltige Fettglasur. Ja, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn es eine, ähm, ja, eine weiße Schokolade wäre, aber leider nicht, Leute. Und ihr seht schon, es kommt hier richtig so eine Waldfrucht-Zubereitung raus. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Mh. Oh ja, krass. Yummy, 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 I got love in my tummy. Mh. Oh ja, für ein High-Protein-Produkt auch viel zu lecker. Richtig schön cremig, richtig schön vanillig. Und hier, als hätte man Waldfrucht-Marmelade reingepackt. Also es sieht, es ist nur eine ganz kleine, ja, ein ganz kleines Fruchtloch. Aber das Ding hat echt Geschmack. Lecker. Lecker. Boah, das Ding ist lecker. Von Joghurt schmeckt man jetzt nicht viel. Der schmeckt richtig schön cremig. Und es geht auch schon fast in die Richtung weiße Schokolade. Finde ich sehr lecker. Vor allem diese Waldfrucht-Zubereitung. Die ist sehr intensiv. Der schmeckt nach Brombeere, nach Heidelbeere. Und finde ich richtig geil. Und ich habe jetzt hier echt den ganzen Regeln weggegessen. Weil der ist lecker. Sehr, sehr geil. Das kann man gerne machen. Ich habe ihn bei Rewe entdeckt. Ich würde ihm auch neun Punkte geben. Ist gut gelungen, Leute. Probiert ihn gerne aus. Und wir sehen uns. Was ist das?